Mein Name ist Doreen Schneemann von der Kids World Tirol im Kaufhaus Tirol in Innsbruck und wir haben uns eine smarte, digitale Lösung einfallen lassen und zwar einen 3D-Shop und den möchte ich euch jetzt zeigen. Wir sind hier auf knapp 700 Quadratmeter und sind somit auch der größte Spielzeugangebieter in der Innsbrucker Innenstadt und haben über 30.000 Artikel von bis, wir haben Holzspielwaren, wir sind spezialisiert auf Lego, Playmobil, die Klassiker sowieso, aber wir haben auch vor allen Dingen Erwachsenenspiele, die es woanders auf keinen Fall gibt, in Innsbruck auf keinen Fall und das ist ein sehr schöner Job, weil wir machen einfach Kinder und Eltern und Omas und Opa ist glücklich. Der erste Lockdown, gut, das war für uns alle ein Schock erst mal, was passiert jetzt? Okay, komplett zumachen. Wir haben aber nicht lange überlegt, sondern wir haben uns auf das berufen, was wir haben. Wir haben einen starken Social-Media-Auftritt und hatten uns schon damals mit dem Thema WhatsApp-Shopping befasst und haben gesagt, okay, wir bauen das aus. Dann kam der zweite Lockdown und eigentlich vor unserer wichtigsten Zeit, das heißt vor Weihnachten und dann kam die Agentur AV-Media auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wäre das vielleicht was für euch, euren Shop in 3D darzustellen. Wenn man da drauf geht, ist es eigentlich, als wenn man durch den Laden durchgeht. Durch die 360 Grad kann man sich drehen und wenden und sieht immer genau das, wo man drauf tippt. Man kann dann ein Screenshot machen und sagen, okay, diesen Artikel hätte ich gern und hat uns das dann per WhatsApp geschickt, per SMS oder per Mail zugesandt. Vielen fehlt jetzt glaube ich schon dieses, ich schaue mal im Geschäft, ich gehe mal in Ruhe einkaufen. Es wird so eine gute Kombination sein und vielleicht ist es auch die Kombination letztendlich mit 3D, WhatsApp und stationärer Handel. Also man kann alles kombinieren, finde ich. Also das wird schon Zukunft werden.